Wie ist das, wenn Gespräche eskalieren? Wie ist das, wenn jemand im Gespräch plötzlich aufschreit, rausrennt und du denkst, wow, was passiert denn hier? Wenn Gespräche eskalieren, dann ist das die Situation, vor der die meisten Menschen eine wahnsinnige Angst haben. Sie haben Angst dafür, was passiert, wie soll ich mich verhalten, wie soll ich reagieren? Und das Interessante ist, das ist gar nicht so schwer. Ja, gehen wir mal rein in so eine Situation. Stell dir mal vor, du bist im Gespräch mit deinem Chef, mit deiner Chefin, mit dem Kollegen, mit einer Kollegin, mit deinem Partner, deiner Partnerin, wie immer das bei dir ist. Und dann, dann merkst du plötzlich, wie sich das hochschaukelt. Ja, du merkst, wie plötzlich sowas kommt wie, aber daran bist du doch schuld. Ich, ich, überhaupt nicht. Es liegt doch nur an dir. Du, du merkst, was ich meine. Wenn Gespräche eskalieren, dann passiert eins, es kommt erst mal vom Ich zum Du. Weiter passiert dann sowas wie, ja, wie Drohungen aussprechen. Da kommt dann sowas wie, ja, wenn du das noch einmal machst, dann. Wenn, das machst du nicht, wenn das, und du weißt, was ich meine. Und ich nehme bewusst mal den Finger, weil der gehört dazu. Mit dem Finger zu drohen, ist etwas, was wir immer wieder machen. Mit dem Finger zeigen ist, du bist das Problem. Du bist falsch. So, jetzt lasse ich die Finger weg, das ist angenehmer. Und so eskalieren Gespräche hoch. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen, ja, aber ich muss doch dann und dann ziehe ich zurück. Und ich habe die Frage gestellt, ja, erlaubst du es dir denn, dann auch mal zu sagen, okay, an der Stelle, ich breche das Gespräch ab und gehe. Ist das erlaubt? Und jetzt ist es wieder so, nicht alles, was gut ist, musst du immer machen. Und nicht alles, was schlecht ist, darfst du nie machen. Manche Dinge gibt es, die sind gut und die kannst du auch machen. Manches kann ich dir nur empfehlen, lass es weg, lass es sein. Gehen wir mal rein. Was kannst du machen, wenn so ein Gespräch eskaliert? Natürlich kannst du erst mal deeskalierend wirken. Du kannst sowas machen wie mit Fragen drauf eingestellt. Okay, habe ich verstanden. Wie meinst du, dass du mehr Erklärung bekommst, um besser auf die Situation einzugehen? Du kannst natürlich auch gegenhalten, indem du sagst, so jetzt ist mal gut hier. Mal mit einer kräftigen Stimme wirklich mal gegenhalten, wirklich mal sagen, stopp, so nicht. Natürlich kannst du das machen. Immer situativ, was passt gerade. Deeskalierend kann weiter sein, dass du tatsächlich dieses aktive Zuhören oder empathische Zuhören machst, dass du wirklich sagst, okay, ja, mach mal eins, schreib mal mit. Es könnte eins passieren, dass dein Gegenüber, und was schreibst du dir jetzt mit? Und dann kannst du sagen, pass auf, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, denn mir ist es wichtig, und jetzt ist wichtig, ich bleibe im Ich. Im Du verhärten Gespräche, im Ich werden Gespräche weich. Im Ich werden Gespräche plötzlich angenehmer und damit deeskalierst du. Wenn es dir gelingt, mit einer ganz bestimmten Gesprächsstruktur, mit einer ganz bestimmten Redestruktur, immer wieder zu sagen, ich habe, mir ist es so, in mir ist, wirst du merken, wow, auf der anderen Seite passiert plötzlich was. So angenommen der Fall, das ist nicht der Fall, ja, angenommen, es geht wirklich, wird immer krasser und eskaliert immer weiter, ja, dann ist es so, dass du irgendwann sagst, hör zu, so wie wir jetzt aktuell sprechen, das ist nicht die Art, auf die ich sprechen möchte. Ich sage dir so, wenn wir es nicht hinkriegen, jetzt anders, ruhiger zu sprechen, werde ich aufstehen und den Raum verlassen. Das ist tatsächlich etwas, wo du, ja, wo du mit einer gewissen Ruhe, aber ganz klar mit einer Dominanz sagst, erster Warnschuss, du entscheidest, wie es weitergeht. Und wenn es nicht geht, sagen, okay, ich habe tatsächlich gesagt, nein, es geht nicht mehr, ich stehe auf und ich gehe. Bei mir ist die Tür hier drüben, deswegen zeige ich da hinten, ne, du zeigst natürlich da an, wo die Tür ist. So, wichtig ist, ja, du darfst ein Gespräch verlassen. Ich empfehle immer, das so weit wie möglich wegzuschieben. Ich empfehle immer, das so weit wie möglich zu vermeiden. Aber wenn es nicht anders geht, erlaube es dir zu gehen. Und vielleicht fragst du dich, darf ich das auch bei meinem Chef? Darf ich das bei meinem, bei meiner Vorgesetzten? Und ich sage deutlich, ja, du darfst das. Und ich bitte dich auch hier klar, Grenzen zu setzen und das zu zeigen. Damit das nicht passiert, kannst du eins machen. Ich habe dir hier unten drunter einen Online-Kurs, sicher und souverän in Gesprächen reingepackt. Schau da mal rein, du hast für kleines Geld eine große Wirkung. Und wenn du sagst, hey, das ist für mich interessant, dann guck mal gern, wie weit dir das hilft. Wenn dir der Kanal gefällt, ja, dann gerne abonnieren, gerne reinklicken. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Bis dann.